Hä? Oder hast du keine Rede? Ne, die sind nicht so gut. Achso. Wo ist die Puppe? Da habe ich noch nicht aufgenommen. Na hol die Puppe, Montiquar. Na, wo ist die Puppe, Schätze? Ja, dass die Liebe auf die Puppe ist. Auf auf die Puppe, ja. Ne, ich habe noch nicht mitgekommen. Na hol die Puppe, Montiquar, schnell! Hol die Puppe! Hol die Puppe! Nein! Geht auf die Puppe. Schau mal auf die Puppen schier. Brav. Geh es bitte. Die da oben kriegst du nicht. Ja, auf die Tür ran. Na Montiquar, hol die Puppe! Aber schnell! Montiquar, hol die Puppe! Hol die Puppe! Oder hol den Spidi! Ja, knurr im Hintergrund mit. Der weiß bei einer Muschette. Du bist ja euer braver Spidi. Du kannst die Puppe nur haben, wenn du normal spielst. Die Puppe! Du wirst nicht schaust, wird sie doch am Wasser steht nicht auf. Oh! Schau, schau. Jetzt ist er auf die Kuh gesprungen. Ah! Jetzt wird er die Puppen schnappen! Der Möck! Montiquar hat sich gedacht, jetzt ist er angelegt! Wie vorsichtig der Möck ist! Wie vorsichtig der Möck ist! Ja, manchmal! Schau mal! Oder genau weiß! Aber wer nimmt dann die Puppen und Zeit und die wird kaputt? Und bis die Dinger wird Zeit am Hals! Kleine Puppe, ja! Wupp, wo rätst du denn hin? Da rätst du jetzt unter den Geschoss. Fertig? Aufpassen, Monti! Wo ist der Montiquar? Verstehst du den Papa? Wo ist der Mopi, hm? Aufpassen! Die Puppen wollen unbedingt die andere! Aber die Kuh lässt auch nicht aus! Die hält er fest, ja! Während dem Spiel! Entscheide dich! Monti der Kuh! Er macht ja schon nix Fuß! Oh! 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 Immer von der Interrux. Boah, ich da noch! Na, Monty, Qua. Genug.